Hey! Da habe ich nochmal eine richtig coole Idee für euch. Die Geheimzutat heute ist ein Locher. Damit locht ihr jetzt erstmal 5 Post-its für die 5 Wochentage und klebt die dann auf so ein größeres Papier. Jetzt können wir das alles natürlich noch cool verziehen und aus den Löchern so kleine Kringel hochzeichnen. Dann sieht das nämlich so aus, als wäre jeder Tag so ein eigener Block. Und jetzt kommen natürlich noch die Tage drauf. Euer ganzer Stundenplan und den könnt ihr jetzt an die Wand hängen. Fertig!